Ähm, Moment. Santo Domingo war das hier? Oh, scheiße. Okay. Dürfte ich euch um eine Gefälligkeit bitten, Kapitän? Santo Domingo. Schön. Wer hat denn jetzt hier noch? Du. Muss ich mit dir reden? Hallo? Tortuga. Und wenn ich jetzt rausgehe und wieder rein, könnte es sein, dass der andere mit Santo Domingo auch wieder da ist. Könnte sein. Leider nicht. Nein. Dann würde ich sagen, fahre ich über... Jungs. Darf ich? Danke. Ähm. Da liegen viele Schiffe. Auch größere Schiffe. Warum liegen hier so viele größere Schiffe vor Anker? Ach so. Oh, ja. Meine, meine Mitnehmensschiffe. Aber die sind ziemlich groß, was das angeht. Das ist echt der Hammer. Die sind echt groß. Ähm. Dann würde ich vorschlagen, Tortuga. Weil das da oben praktisch direkt... ...in Reichweite liegt. Ja, ja. Oh nein, 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 nein. Mit Detiakonvoi. Uh. Uh. Glück gehabt. Die kann ich ja jetzt... ...grad gar nicht gebrauchen. Kriegsgeschwader. Vier Schiffe unter englischer Flagge. Ich glaube, ich fahre da lieber schnell. Jetzt piepst zweimal. Wow, 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 wow. Die haben nicht ernsthaft wieder ein Man-of-War dabei. Die haben ein Man-of-War dabei. So ein Mist. Ja, und ich kann jetzt schon auf die Weltkarte gehen. Aber wenn ich mich... Wegsegeln. Wegsegeln. Ach, scheiße. Spielladen. Äh, das war auf dem Meer. Verdammt. Bei der letzten... Ach, nein. Lohnt sich ja nicht. Nein. Wollte ich doch gar nicht. Die Frage ist nur... ein Zwei-Man-of-War. Alter. Ähm. Schiffe. Ich könnte ihn ersetzen. Ah, jetzt bin ich die Fregatte. Das ist schon mal cool. Jetzt kann ich nämlich das Schiff tauschen. Das gibt zwar Ärger mit den Händlern, aber... das wird schon hinhauen. Segel nach. So, segeln nach. So. Dahin. Oh, verdammt. Scheiße. Eigentlich muss der auch wegsegeln. So, der ist mir egal. Der steht sogar. Wow. Dann hole ich mir erst den Wegfahrenden. Erst den Wegfahrenden. Autsch. Das tut weh. Aber erst den Wegfahrenden... Alter, wieso drehe ich mich immer noch? Ach, stimmt. Ich habe ja jetzt ein Linien-Schiff. So ein Mist. Oh, oh. Ne. Angreifen. Den da. Der steht. Den kann sie versenken. Dann bin ich den schon mal los. Ich will jetzt nicht, dass mein Manowar versenkt wird. Scheiße. Das ist nicht gut. Nee. Da. Ich habe schon... Ich habe schon... Ich habe schon... Ich habe schon... Oh, shit. Hm. ich glaub's einfach nicht ich komm nicht vor dieses schiff und jetzt haut mich auch noch mein eigenes schiff weg kann ich wenigstens das versuchen dass ich das schiff kriege so angeschlagen wie ich bin das echt blöd und jetzt haut das schiff auch noch ab das ist echt kacke wir greifen die mich dann überhaupt an kommt schon so weit nachdrehen ist echt nicht mehr normal hier was soll das jetzt verdammt zwei männer wo und ich dachte ich könnte mir holen wäre ich einfach nur in den hafen gefahren das problem ist jetzt die werden schneller sein als ich oder eventuell 3,5 alter die sind tatsächlich schneller als ich da ist sie komm schon na also okay meine leute sind irgendwie da ein bisschen in bedrängnis so komm schon oh man einer ist gestorben das ist echt Mist was zum nope das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen nein nein so geht das nicht ich darf nicht so weit vorrennen meine leute stehen ein bisschen weiter hinten und dann müssen wir mit vier leuten denen geschlossen entgegentreten soweit das geht so so jetzt habe ich meine eigene leute auch ein bisschen zurückgeworfen aber schlimm war das jetzt nicht. Ah. Also ich krieg sie noch. Das hat sich doch jetzt mal gelohnt. So kann man auch mit vier Leuten ein Schiff übernehmen. Und es hat nur einer von meinen Jungs geschossen. Schade, aber was soll's. Und jetzt geht's zum Look at the day. Ich hätte vor dem ganzen Blödsinn da speichern sollen. So ein Mist. Und jetzt kommt's. Ich kann's nicht. Aber ich kann's tauschen. Das hatte ich vor. Ähm. Und dann. Oh. Ja. Mitnehmen wäre gar nicht schlecht. Wieso hab ich denn so viel Kram dabei? Wusste ich gar nicht. Ach, das war das eine Schiff, was ich komplett übernommen hatte, weil ich's nicht Dingens konnte. Nicht, nicht, äh. Ähm. Weil ich's nicht kapern konnte, genau. So. Ah. Schön. Schön, schön, schön. Aufgestiegen. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Wieso? Verdammt. Ich hab doch angehalten. Mistteil. Okay. Ähm. Nein. Jetzt erst mal speichern. Speichern. Und jetzt F2 Schiffe. Meine War, meine War, meine Linienschiff und die Brick, die ich habe. Da wird der Kapitän ersetzt. Und mit... Damit segel ich jetzt... Äh. Die segelt weg. Und ich segel nach... Nein. Dahin. Was? Wieso sinkt dieser Man-O-War? So ein Blödsinn. Drei Schiffe. Angreifen. Aber zum Glück sind die noch weit genug weg. So, dass ich direkt wieder auf See kann. Und die einfach verschwinden. Ist zwar jetzt nicht besonders fair. Logbuch aktualisiert. Moment. Da muss ich mal kurz gucken. Logbuch. Auch. Oh. Ähm. Hafen. Ankern. Schön. So. Schön. Wo sind die Taverne? Taverne, Taverne, Taverne. Taverne war da hinten. Dort ist so ein bisschen verwirrend bei der ganzen Sache. Ähm. Ich habe ja jetzt alles geschafft. Deswegen speichere ich gerade noch. Und... Jetzt betrete ich das mal hier. Ich versuche jetzt hier. Hier müsste ja eigentlich einer... Das war nicht schlecht, nicht wahr? Das ist die Frage. Schiffe? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe gerade ein Manowar weggegeben. Und deswegen... Speichert man vor so einer Nummer. Nicht, dass man irgendwelche Fehler macht. Weil der Manowar ist jetzt weg. Hehe. Na gut. Dann, ähm... Wird mein... Auftrag wohl scheitern? Von daher... Wir freuen uns immer, wenn ihr uns besucht. Na, was soll's. So. Alles mal füllen mit Leuten. Und mein Manowar kriegt auch noch ein paar Leute verpasst. Kann ja nicht schaden. Schön. Ja. Keine Offiziere. Was... Das war irgendwie klar. Willkommen, Captain. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns besucht. So. Schön. Jetzt sitzt der Kerl da drüben. Ähm. Auftrag wird trotzdem nicht erfüllt. Äh. Tut mir ja leid. Aber... Ich brauche das Geld. So. Jetzt müsste ich theoretisch wieder die Manowars vergleichen. Aber der eine hat schon die Updates drauf. Bin ich der Meinung. Ja. Und der hier nicht. Oh. Eine Sekunde. Ich muss ja noch in den Store. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ähm. Store. Store. Nein.